Ich bin gekommen, weil ich vor 20 Jahren im Bleiweiß eine Qigong-Gruppe gesehen habe und gleichzeitig meinen afrikanischen Tanz unterrichtet habe. Und da ist mir aufgefallen, dass die beiden Disziplinen wunderbar zusammenpassen. Und nach 20 Jahren habe ich mir hier bei der Global Art Session meinen Traum mit der Ines verwirklichen können. Denn am Ende geht es im afrikanischen Tanz auch um den Flow, um die Energie, die fließt. Dankeschön. Dankeschön.